Geht man sich da nicht manchmal auf die Nerven? Doch, klar. Es gibt doch mal Streit oder wir zicken uns ein bisschen an oder man braucht mal ein bisschen Abstand. Welche von den Ballhauswestern bist du eigentlich? Ich bin die Mascha. Und woran erkenne ich dich? An meinen kürzeren Haaren und ja, vielleicht bin ich ein bisschen schmaler im Gesicht, aber das fällt mir nicht so auf, das sagen andere immer. Ja. Und was gibt es sonst noch für Dinge, die dich ganz sehr von deiner Schwester unterscheiden? Gar nicht mal so viele. Also ich glaube, wenn man uns kennt, also nach einer Zeit kann man uns eigentlich relativ gut auseinanderhalten, aber so pauschal kann ich jetzt auch nicht sagen, was uns jetzt so voneinander unterscheidet. Und wie sieht es auf der Matte aus? Ja, da würde ich sagen, ist ja eher so die Kämpferin, die so eng rangeht an die Hüfte, die Leute aushebt und so. Kräftiger ist. Ich bin da eher so die, die ein bisschen weiter auf Abstand kämpft und halt unsere Techniken sind auch unterschiedlich, die wir werfen. Besteht denn zur Zeit eine Konkurrenzsituation zwischen euch? Ich würde sagen nein, weil wir halt in unterschiedlichen Gewichtsklassen kämpfen und dadurch der Konkurrenzkampf jetzt nicht so hoch ist. Wir stacheln uns halt gegenseitig so ein bisschen an und motivieren uns, weil wir halt, keiner will hinter dem anderen stehen, wir wollen trotzdem gleich gut sein. Aber dadurch, dass wir jetzt keine direkten Konkurrenten sind, gibt es eigentlich nicht so einen richtigen Konkurrenzkampf. Ihr habt ja das Motto One Team, One Dream. Was steckt eigentlich dahinter? Ja, ich würde sagen, weil wir halt dasselbe Ziel verfolgen und den gleichen Sport, die gleiche Leidenschaft sozusagen verinnerlichen, trainieren wir halt immer zusammen. Also wir sind halt auch zu Hause Trainingspartner, trainieren in jedem Training zusammen, motivieren uns gegenseitig. Wenn einer vielleicht mal gerade einen kleinen Durchhänger hat oder wenn mal einer verloren hat, dass der andere den aufbaut und wir zusammen sozusagen unser Ziel erreichen wollen. Geht man sich da nicht manchmal auf die Nerven? Doch, klar, es gibt doch mal Streit oder wir zicken uns ein bisschen an oder man braucht mal ein bisschen Abstand, aber eigentlich nach einer gewissen Zeit verfliegt das schnell wieder. Wer ist denn besser in der Schule? Ich bin ein bisschen besser. Was ist dein Lieblingsfach? Ich würde sagen, Mathe. Und deine größte Schwäche? Englisch. Ja, ich bin nicht so der Sprachbegabte. Also eher die Analytikerin. Was finde ich denn immer in deinem Kühlschrank? Käse. Ziegenkäse. Schokolade oder Gummibärchen? Eindeutig Schokolade. Wen siehst du gerade als deine national ärgste Konkurrentin an? Ich würde sagen, jetzt bei den Frauen ist halt Katharina Menz so Nummer eins in der 48. Und hast du sie schon mal direkt besiegen können? Ich habe noch nie gegen sie gekämpft, leider. Und was denkst du, wie es ausgehen würde? Zum jetzigen Zeitpunkt würde sie vielleicht noch gewinnen, weil sie halt älter als mehr Erfahrung hat. Aber mal schauen, wie es in ein paar Jahren aussieht. Du hast jetzt die Altersklasse gewechselt und ihr seid beide jetzt im ersten Jahr in der U21. Und wen siehst du da gerade als deine international stärkste Konkurrentin an? Also ich würde sagen, international vielleicht die eine aus Frankreich, die heißt Anais Mostier, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, die ist gut. Oder Marusa Stanger, die hat auch gestern hier gekämpft, die hat auch gegen Katharina Menz gewonnen im ersten Kampf, die ist auch gut. Und was ist deine Botschaft an sie? Ja, ich werde sie besiegen. Du wirst sie besiegen, komme was wolle. Ich hoffe, das lässt sich auf alle Bereiche in deinem Leben übertragen. Vielen Dank für das Interview und deine Zeit. Ich hoffe, du hast noch ganz viel Spaß hier beim Zugucken. Dankeschön.